Moin Leute, am 18. und 19. Juli 2015 findet wieder das Bird Open Air statt. Diesmal in kleinen Meggelsen, oder Lerd Merkels wie der Lüthor 16, auf dem dortigen Sportplatz. Gestartet wird das Programm mit den Jukammern aus Rotenburg, Who Killed Frank? Wacepern, Welcome to Wacepern, There's always be Wacepern. Dornach gibt's ordentlich Guitarris ab von der Stados Quo Revival Band Quo. Musik Musik Service Musik Pop Und dann kommt Torfrock zurück nach Klein-Meckelsen nach über 17 Jahren. Torfrock zurück nach Klein-Meckelsen nach Berlin-Meckelsen nach Berlin-Meckelsen nach Berlin. Nach der Show geht es weiter mit den Zeltfestlegenden DJ Alex und Two-Bänder. Und wir springen zusammen! Und nicht vergessen, am nächsten Morgen gibt es dann ein Frühschoppen mit dem Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Sittenzen. Mit Erbsensumme und Ahnen-Chillilich. Also ich fasse zusammen. 18. und 19. Juli 2015, Börde Open Air in Lütten-Meckels und zwar auf dem Sportplatz. Ihr seht uns!